Ja, was denn da? Wo sind wir denn da? Schwente? Ja? Wo sind wir denn da? Ja, wo sind wir denn da? Auf der Messe? Ja, sind wir denn jetzt auf der Messe in Holland? Ja? Ja, was ist denn da los? Nalli, 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 nalli. Hier, wo ist denn da los? Hallo ihr Lieben, wie ihr seht sind wir gerade auf der Messe. Special Show in Holland, Niederlande. Heute am Sonntag, den 26.11.2017 in Dogachtingen. In den Brabant-Hallen. Eigentlich sind die Shows immer voll besetzt. Heute sieht es irgendwie ein bisschen ruhiger aus. Liegt wahrscheinlich daran, dass nicht alle Rassen heute ausgestellt werden, sondern eben spezielle Rassen. Bestimmte Gruppen. Ja? Wo sind wir denn? Ja, 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 ja. Freut ihr euch schon? Vielleicht geht es in den Ring, ne? Bald seid ihr dran. Ja, wir präsentieren, ne? Wird laufen. Ne? Und dann berichten wir mal, was wir so heute erreichen. Nalli, nalli, nalli. Juhu. Ihr seid mit zwei Ganoven. Alle schön beobachten, ne? Ja, so sieht das aus. Jawoll, Tender, jawoll, Tender. Dicker, unser dicker, dicker Fettih. Unser dicker, dicker Fettih. Unser fettih. Also jetzt, zur Zeit sieht alles noch ganz entspannt und ruhig aus. Vielleicht kommen ja noch ein paar. Die Show hat jetzt auf jeden Fall begonnen um 10 Uhr. Und ja, die Boston Terrier sind erst um 12 dran. Wir müssen jetzt noch mal schon warten. Und ja, bald geht es dann los, auch für uns.